Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Uncharted 4. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit, das ist ihr Motto. Die vielen Paradies-Hinweise, wie konnten wir das übersehen? Wie ich sehe, seid ihr zwei okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. Libertalia, wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay, okay, und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für hunderte, vielleicht tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen... Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay, und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunisten-Piraten? Genau hier. Diese Insel, gleich nördlich von Kings Bay. Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Wie läuft dein Job in Malaysia, Nate? Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elinize. Es ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als... Wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz? Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen? Seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also... Es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, ähm... Das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich... Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin. Und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... 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 Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich... Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder! Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich... Hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen... Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf hier nah. Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und er wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir, wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Na wirklich. Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komm schon ganz gut allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Ja, mein Lieben. Das ist bitter gewesen jetzt hier. Oh. Ja, erstmal nochmal ganz lieben Dank an euch da draußen, dass ihr das Projekt so super unterstützt. Ganz lieben Dank für die ganzen Dorm und Comments. Super, ganz lieben Dank dafür. Ich kann gar nicht oft genug Dankeschön sagen. Freut mich ganz doll, dass ihr das Projekt so cool findet hier. Und ich freue mich natürlich auch. Uncharted 4 ist ein cooles Spiel. Und heute geht es weiter. Und euer Trenzack ist wie immer am Mic. Wer auch sonst sollte hier sitzen. Prost. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz. Wer würde das nicht? Ich weiß nicht. ich glaube vielleicht habe ich diesmal einfach zu weit getrieben so schnell ich das jetzt auch gerne hier da kann man ja direkt neidisch werden ich schaue mal wo wir an land gehen können ja meine stelle insel stimmt sucht nach irgendwas menschen gemacht kann man nicht so schnell fahren hier naja vielleicht ist libertalia ja eher sowas wie eine kleine hütte am strand da kann man durchfahren glaube ich ja oder er hatte sein vermögen für die stadt suche verbraucht und nichts mehr übrig um libertalia tatsächlich zu bauen was wenn er wirklich pleite war dann sollten wir uns beide lieber ein versteck sucht um die uhr ab wie richtig sind durch die ganze Welt mal abgesehen hat er die richtige Idee und zwar er lebte nach seinen eigenen Regeln er reiste die Welt machte sein Glück war auch was für ein was für ein Bild nach ist auch die Riesenbelohnung auf seinem Kopf allein wie seine Geschichte ausgeht stimmt vielleicht war es das alles am Ende vielleicht da vielleicht an land das sieht doch gut aus oder nicht dass das boot hier weg schwimmt so hm na das sieht ja so richtig schön sonnig und warm aus aha vorräte von der früheren Expedition ok da noch was nee oh da kann man was was hast du da burns ich lese das jetzt mal nicht alles vor lasst das mal im Augenblick auf dann könnt ihr das nachlesen das ist doch reichlich wen es interessiert umdrehen oh Gott ist da auch noch was achso das ist alles jetzt Gott ok wow was für ein Lichteinfall hier die Vegetation ist wirklich stark stark gemacht hier oh hier ist noch was was der Kerl erlebt hat Tja Tote reden nicht mehr Rest in Peace Ruhe in Frieden hier kann man glaube ich nirgendwo hoch hm der rennt mir auch immer nur hinterher das ist so genial ich habe irgendwie so das Gefühl dass wir hier noch nicht richtig sind obwohl hier waren ja ein paar Sachen aber hier kommen wir nicht weiter ok deswegen ist das Boot wahrscheinlich auch nicht richtig festgemacht kann da sicherlich dann wieder rauf kann da nicht mehr rein oder was hallo da kann da nicht mehr rein was ist das denn jetzt äh gut das ist noch eigentlich ein bisschen weit zu schwimmen hier ja ne das ist mir zu weit der kommt tatsächlich hinterher das ist doch unfassbar aber ich komm also das ist ja totaler Quatsch dass er da jetzt nicht wieder reinkommt kann voll die Berge erklimmen und kommt nicht in so ein Boot rein ne geht nicht doch jetzt du klär da hoch das gibt's doch nicht ist das geil der kommt da nicht mehr rein ich versuche mal rum die Kelle da rumklettern vielleicht geht das von der anderen Seite hätte ich vielleicht doch nicht so dicht ran fahren dürfen da muss er noch reinkommen das gibt's ja das schaffe ich ja sogar da geht doch ach so wir sind hier fertig wenn dabei ich wollte schon sagen das kann ja nicht sein so ein fitter Kerl sonst erklimmt er hier in den Mount Everest und kann nicht in so ein kleines Fischerboot hier einsteigen das sieht doch auch interessant aus da gucken wir mal ich park jetzt mal ein bisschen anders ein bisschen seitlich so da schwimmt schon nicht weg das Boot da L3 das sieht schon mal ganz gut aus das ist schon ein bisschen interessanter hier oh mein Gott ist das schön hier ach mein Gott ist das ein schönes Spiel ne also das ist schon wirklich zu schön wie viel Mühe sich hier Naughty Dog gegeben hat hier drüben suchen ja wo bist du denn oh ich würde mich hier am liebsten noch ein bisschen hinlegen oh was hier denn oh frag mich was er getan hat vielleicht hat er zu oft Seemanns Lieder geschmettert ja das war sicher der Grund schief gesungen wahrscheinlich so mal eben schauen kein schöner Tod ach ne wo hast du denn Stufen gesehen Sir da war auf jeden Fall eben L3 aber wo kann man sich da hoch schwingen ich bin so hingerissen von der Natur dass ich dass mich das gar nicht interessiert da hoch zu kommen da ist ne da sind Stufen ja 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 jetzt seh ich das auch oh hier können wir durch oh mein Gott ist das schön ja wow was für ein Ausblick wow ist das schön wäre ich jetzt nicht im Aufnahmemodus würde ich auf jeden Fall ein schönes Bild machen ich muss mal denken dass ich daran denken dass ich nächstes Mal den Fotomodus mal eingeschaltet lass das lohnt sich ja wirklich hier mal ein schönes Bild zu machen hier gehen Stufen hoch da gucken wir doch mal hier ist so nix spannendes woher nicht runterfallen aber hier können wir rüber ist das schön ach mein Gott ist das ein schönes Spiel dann mal rauf na kommst du da hoch jo da hoch oh da kommt er auch hoch du bist ja krass drauf wo du der du geh rum da das schaffst du doch bist doch schon oben kannst du nicht weiter nee das macht er nicht aber ich hätte die Leiter hoch gemusst was ist das denn für blöd ich gehe jetzt an die genau ich gehe an die Leiter ran oder macht er das nicht doch so gehe an die Leiter ich war ja schon fast oben eben so jetzt zieh dich hoch jawohl geht doch was haben wir hier schönes ein Fass tja ein Schatz ist hier jedenfalls nicht wie es aussieht oder doch Moment da geht das ja noch weiter und wie ich den Schöpfer des Spiels kenne geht das bestimmt noch weiter hier da oben ist noch so eine Luke da kann man bestimmt auch noch rauf da müssen wir bestimmt aus dem Fenster raus oh ich bin fast rausgesprungen hier da ist mein oh ja jippa so da muss ich nochmal sehen wie ich da hochkomme ne mach doch nicht ach shit war jetzt nicht beabsichtigt ich muss da doch irgendwie ach halten und hoch ja ja ich muss ja hochklettern Moment genau so wird da ein Schuh draus und jetzt müsste ich mich da rüberschwingen können jawohl nein was machst du denn wieso springst du denn runter da soll doch nicht runterspringen ja ja das wollte ich nämlich sagen ich war doch schon oben also das war ja nur ein totaler Blödsinn da ist was da ist was das gucken wir uns nochmal eben schnell an und dann müssen wir die Folge auch beenden die ist schon wieder viel zu lange hier irgendein Symbol irgendein Symbol was kann man dazu lesen Sparrenpfeil mhm ein Kompasspfeil oh da passiert was wow woher hast du das gewusst na was habe ich denn von dir gelernt überall drauf drücken guck mal da unten das ist das gleiche Symbol kein Pfeil finden wir raus wo er hin zeigt jawohl mein Lieben ich bedanke mich wie immer recht herzlich bei euch fürs Zuschauen nächstes Mal geht es spannend weiter auf dieser wundervollen Insel ich bedanke mich haut rein ihr Lieben bis dann und ciao bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020